Heute zeigen wir euch, wie ihr euren Archie One DX korrekt aufsetzt. Der Archie One DX hat eine Klasse A Zertifizierung und ist einer der wenigen Full Face Skihelme auf dem Markt. Alle Rohrruckhelme kommen mit einer Aufbewahrungstasche, die den Helm trocken und geschützt hält, wenn ihr ihn gerade nicht benutzt. Der Archie One DX kommt in drei Teilen, der Helm, die Maske und die Brille. Setze als erstes den Helm auf. Durch leichtes Ziehen an der Unterseite des Helmes sollte er sich mühelos aufsetzen lassen. Schließe nun den Kinnriemen. Wenn du eine der limitierten Editionen hast, wirst du hier den magnetischen Fitlock Verschluss vorfinden. Als nächstes kommt die Maske. Benutze beide Hände, um die Maske an ihren Platz zu führen. Die Befestigung rastet automatisch ein und du merkst, dass die Maske fest sitzt, wenn beide Seiten kurz klicken. Zum Schluss noch die Brille. Ziehe das elastische Brillenband über den Helm und schiebe es unter die Halterung auf der Rückseite des Helmes. Jetzt zum wichtigen Teil. Ziehe die Maske leicht herunter und drücke die Brille hinter die Maske. Sie rutscht von alleine an ihren Platz und zeugt so für den perfekten Schutz des ganzen Gesichtes. uchibe den Armin S instimmst at der Rückseite des Charminariens.